Also wir sind seit ca. einem halben Jahr bei A&M dabei mit der Werbung, haben aus diesen Aktivitäten ca. 180.000 bis 200.000 Umsatz generieren können. Das Unternehmen heißt Kunert Glasbau. Ich bin der Geschäftsführer Markus Kunert. Wir beschäftigen uns seit 20 Jahren vorrangig mit der Montage von Terrassenlöchern, Wintergärten, Fenstertüren unter Umständen. Unser Hauptgebiet ist der Privatkunde. Wir haben vier eigene Montagekolonnen, Techniker, Verkäufer und sind sehr aktiv, denke ich, im Internet und auf Facebook unterwegs. Unsere Herausforderung für A&M bezüglich der Werbung war, neue Wege zu suchen im Internet bzw. vor anderen Kanälen, die eine freie Gestaltung der Werbung zulassen, weil über bekannte Plattformen im Internet hat man keinen Einfluss auf die Kundenakquise, auf die Qualität der Kunden. Also wie ich auf die A&M aufmerksam geworden bin, ich denke mal über einen Anruf, einen Werbeanruf. Ja, also der Beratungsprozess mit der A&M war für mich sehr erfrischend, genau in die Richtung, in der ich neue Wege suchte. Dazu muss ich sagen, ich hatte auch schon schlechte Erfahrungen mit Agenturen in der Richtung, hat auch Geld verloren. Okay, aber die Hoffnung besteht weiterhin und wurde auch bis jetzt sehr positiv beantwortet. Es ist ein sehr innovatives, frisches Unternehmen und versucht, auf die individuellen Probleme, die wir haben, einzugehen. Also warum ich die Dienstleistung der A&M vor anderen Unternehmen gewählt habe, lag sicherlich an der Situation, es kam zu einem richtigen Zeitpunkt der richtige Anruf und durch den Zeitmangel fängt man nicht an, jetzt hier noch hunderte von Unternehmen an auszusuchen. Also positiv überrascht hat mich bis jetzt die Platzwischkampagne, wo ich sage, okay, es gibt Möglichkeiten dort wirklich in die Zukunft zu schauen, das Unternehmen zukunftsfähig zu machen und einen Partner zu finden, der zukunftsfähig ist, jung, dynamisch und zukunftsorientiert ist okay. Also meinem befreundeten Unternehmen würde ich sagen, habe Mut, trau dich, einen Schritt in die Zukunft zu machen, digitalisiere dein Unternehmen, nutze die neuen Medien, weil es einfach die Zukunft ist. Vielen Dank. Vielen Dank.